Heilmann Führer Sie suchen also an Berlin zu verlassen Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle herzlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen Himmler ist ein Verräter, er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel Meine Familie, falls die Russen mich, ich muss hier weg Sie haben nichts Unrechtes getan Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein Ich übernehme für alles die volle Verantwortung Wir sprechen ein andermal darüber Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden Nein, er ist nicht in der Bunkeranlage Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden Dann suchen Sie ihn eben Ich will Fegelein sehen, zur Fahrt Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020